Nein! Nein! Oh, hi Leute! Oh, fuck, fuck, fuck! Alle sind grad hinter mir! Da kann ich nicht rein! Fuck, nein, 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 nein! Oh mein Gott, ich hab sie schon... Jo, Leute! Und willkommen zurück zu meinem Lieblingsthema Wozo nämlich, wo ich in der letzten Folge ja mal richtig gezeigt hab, wie gut ich bin! Kletter doch bitte! Hallo, hör auf zu laggen! Es hat gelaggt! Es hat verdammt noch mal gelaggt! Und heute wollen wir mal ein Challenge machen, was ein Zuschauer mir nämlich geschrieben hat und zwar, ähm, soll ich mal Zero-Kill-Challenge machen, also kein Kill und versuchen natürlich zu gewinnen. Wird natürlich schwierig, danke an OBEX Leipzig, an diese, ja, Videoidee. Und wir gehen direkt rein, ich habe hier Schild und Messer drinne und Stim und Termite, damit wir so wenig, äh, killen, also so gut wie gar nicht, aber damit wir die Leute stunnen, dann habe ich extra das genommen und stimmen, damit wir schnell wegrennen können und, äh, generell uns heilen können. Und Schild natürlich auch wichtig, Messer, die habe ich jetzt einfach nur, damit wir schneller rennen, habe ich es jetzt einfach mitgenommen. Und wir werden in Wonde Teams machen, weil Teams ist ganz wichtig, dann wird sich nämlich das ganze Team über die Kids kümmern und ich werde einfach überleben. Gut, dann gehen wir direkt rein. So, da geht es auch direkt los. Ich bin echt gespannt, ob ich das schaffe. Also, ich glaube, den Sieg werde ich natürlich nicht schaffen. Also, das wäre ja ganz besonders, würde ich das schaffen. Aber ich hätte Lust, so auf die Top 5 zu kommen. Boah, mit Chinesen, da wird das schon mal besser. Heh, nichts gegen Chinesen. Ich habe gestern sogar eine VBN-Runde gespielt und das hat übelst Bock gemacht. Also, falls ihr Bock habt, kann ich auch gerne eine VBN-Lobby mal spielen. Okay, wo gehen wir denn hin? Äh... Können die markieren? Okay, dort zum Museum. Oh, ich bin mir nicht so sicher. Ich werde direkt wo ich lande, meine Waffen droppen. So, ich lande und droppe meine Waffe. Ich darf jetzt keine Waffen aufsammeln. Oh Gott, da stirbt der Erste. Scheiße. Scheiße. Oh, renn, renn! Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, ich bin kein Akrobat. Oh Gott, das wird so beschissen. Aber irgendwie auch geil. Okay. Gut, ich lande jetzt mal nicht beim, äh... Museum, sondern hier in diesen schönen niederländischen Häusern. Gut, wir droppen wieder unsere Waffe. Zack. Und wir dürfen, wie gesagt, keine Gegenstände, die einen töten, benutzen. Also sowas wie Stim geht noch. Äh, oder halt das Termide, das einen nicht direkt töten kann. Platten darf ich natürlich auch tragen. Ist ja klar. Ähm... Haben wir hier noch was geiles? Ja, das geht auch. So, da kann ich zumindest herausfinden, wo hier alles Gegner sind. Und ich muss mich natürlich jetzt auf das ganze Team... Ähm... Ja... Ich hoffe halt, dass das ganze Team halt gut ist. Und muss mich da jetzt erstmal... Ich kann kein Deutsch grad. Ich bin irgendwie... Ah, guck mal. Gas kann man auch nehmen. Aber... Ich hab jetzt... Äh... Ein paar Probleme. Aber ich hab schon meinen Stim. Ich kann grad nicht reden. Okay, ich will eigentlich meinen Loader Drop haben. Aber hier sind super viele. Weil... Weil mein Loader Drop ist halt ein Schild dabei. Und deswegen... Nicht... Oh Gott, oh Gott. Hinter mir ist einer. Oh verdammt noch mal. Oh scheiße. Speedrun. Oh Gott, oh Gott. What the fuck? Wie schnell war der? Äh... Ja, genau. Wie schnell war der? Der kommt gleich hier um die Ecke, oder? Ja. Bruder! Okay, wir landen direkt... Auf den Loader Drop. Ich hoffe natürlich keiner kommt jetzt. Oder... Killt mich erstmal. Ja, geil. Bruder, die ganze Runde ist schon wieder am Arsch. Warum hab ich mich darauf eingelassen? Okay, äh... Da landet einer. Da sollte ich vielleicht nicht hin. Jo, ich bin gleich wieder down. So, Waffe wieder ablegen. Ich camp jetzt einfach so. Schön die Tür zu machen. Und hier campen. Gut. Bewegen wir uns lieber weiter. Sonst wird's ja ziemlich langweilig hier. Boah, habt ihr den Jump gesehen? Boah, es wär kein Jump. Es war so ein Flug. Gib mir mal geiles Zeug hier. Paar Platten. Schaden nicht. Semtex darf ich nicht werfen. Du, 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 du. Prezi... Nein, nein, Prezi darf ich auch nicht. Ach... Idiot. Geil. Na Maske. Der Romy Mask. Oh stimmt, wenn ich unter Wasser bin oder kletter, bekomme ich ja automatisch eine Waffe, also eine Pistole. Darf ich auch nicht benutzen. Ist ja klar. Ist, ähm, auf jeden Fall angekommen. Okay, die Leute versammeln sich dort hinten beim Bahnhof. Dann, ja, bewegen wir uns doch dorthin. Ist ein Kollege von mir gestorben. Ich hoffe, hier ist keiner. Heiliger Gott, bitte. Sei keiner hier. Ich hab dich, keine Sorge. Los, 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 los. Weg hier. Ey, was denken sich meine Mitspieler, wenn ich hier mit gar keiner Waffe hier rumlaufe? Es tut mir so leid. So, Ziplein hoch. Boah. Akrobat, äh, was für Akrobat, ähm. Ich bin lebensmüde. Okay. Hier könnte man auch gut campen, oder? Aber der Ort trinkt halt überhaupt nichts. Tötöt. Also, hier passiert ziemlich wenig. Deswegen werdet ihr von vieles gar nicht mitbekommen. Aber, ja. Wir sind jetzt, äh, insgesamt nur 37 Leute. Ähm, ich hoffe, dass wir bis zu fünf gehen. Ich hoffe, so lange überleben wir. Denn das wäre mega geil. Dann haben wir die Challenge abgeschlossen. Wo ist eigentlich die drei? Ach so, die hat ein Netzwerkproblem. Mann, ich hab so Bock, irgendeinen Kids abzustauben, aber ich darf es nicht. Deswegen muss ich jetzt hier halt komplett aufpassen. Ich geh mal hier rein. Welches hier geil ist. Joa, das sieht noch einen geilen Platz aus. Na, hier ein bisschen rausgucken und schälen. Wir können ja mal versuchen, unseren Teammate freizukaufen. Versuchen hier einfach mal durchzurennen. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir werden gleich sowas von sterben. Ich hab dich. Oh fuck. Ich muss hier rein. Ich muss hier rein. Nein! Nein, 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 nein. Oh, hi Leute. Fuck, fuck, fuck. Alles ist grad hinter mir. Oh, da kann ich nicht rein. Fuck, nein, 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 nein. Oh mein Gott, wie hab ich das geschafft? Alter. Oh, schnell schwimmen gehen. Oh, fuck. Oh, Platten nehmen, Platten nehmen, Platten nehmen. Er weiß noch nicht, dass ich hier bin. Geht doch weg. Nein, 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 ich war kurz davor, nein, nein, oh verdammt nochmal, ey, ich war so am rennen, ich war so am rennen, als würde, keine Ahnung, irgendein Sale in Gameshop sein, ich weiß nicht, das war ein dummes Beispiel, oh mein Gott, hat das Spaß gemacht, ey, wie geil war das denn? Nice, 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 okay Leute, das war diese kleine Challenge, nochmal Entschuldigung an die Leute, die hier mitgespielt haben, ich glaube, die hassen mich jetzt, ja, ich hoffe, dir hat es gefallen, diese kleine andere Sache mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, haut rein, ja, überspringen die Scheiße mal, haut rein, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.